Hallo meine Freunde, der Drucker druckt kein schwarz aus. Ich hab den schon gereinigt hier. Ihr weißt ja nicht was ich machen soll. Ich hab den ja gestern paar mal gereinigt, aber druckt kein schwarz aus. Nur leeres. Mund ist ja noch gut. Wenn ihr weißt, was kann ich noch machen, schreibt mir in die Kommentare und dann wisst ihr, ob ich einen neuen kaufen soll, oder irgendwas. Ja, hier mein Netzwerkfestblatt 9. Davon kommt noch irgendwann ein Video dazu noch. Ich kann den Charlighten machen. Ich kann den Charlighten machen.